Aber wieso? Ich dachte, du hast ihn. Du ja auch. Was ist dein verficktes Problem? Warum benimmst du dich wie ein verdammtes Klischee? Kannst du auch hier schlagen mit? Er macht irgend... Krass. Ich dachte, du wirst so cool für eine Schulparty. Ich weiß, dass du hier in der Party bist. Ich will nichts von dir. Und ich werde noch nie was von mir wollen. Warum nicht? Du bist narzisstisch? Ja. Ich mag dich wirklich sehr. Aber ich hab keinen Bock mehr auf diese Spiegel. Ich... Schönste Frau der Welt. Ich mag dich. Winter is coming. Nein. Lauf zu Grenzen. Jawohl, Sechal, bitte. Gute Nacht mir, bitte. Gute Nacht. Du nehmt, als wir am Anfang. Ich mag dich nicht. Ich will dich nicht mehr sagen, ich werde dich nicht mehr sagen. Ich habe überhaupt keinen Druck. Alle Zeit der Welt, okay? Okay. Die Tür ist das größte Ort! Hör auf! Ich will das nicht hören! Fass mal. Anzala! Fack! Siehst du, was du kennengelernt hast? War ich gerade so wütend? Du hattest, wenn ich was Dieter oder geschubst bin. Was? Ich habe dich aber nicht geschubst. Das ist der kleine Unterschied. Was? Was ist das? Fertig. Was ist das? Was ist das? Das ist das? Vielen Dank.